Naja, eigentlich könnten wir auch noch mal unsere alte Map spielen, da haben wir keine Sheets und außerdem können wir noch mal versuchen eine Stadt zu finden. Können wir ja in Chapter 2 machen. Stimmt, wir haben ja fast die 50 Tage. Bist davor Passat, wir haben unsere Waffen verloren. Ich hab meine Sachen verloren, den Jays mich da unten bringt. Aber ich will neu machen, weil wir sind getrennt und wir können nix. Wir müssen eine Schule finden, wir müssen in die Toiletten gehen, die Toiletten ausräumen, da finden wir ein bisschen Toilettenpistolen. Falls hier gleich Nebengeräusche wie Wasser... Das ist ein sehr tolles Haus, in dem wir wohnen, in dem wir leben. Ach so tolles. Wir sind bei Tag 40, ist ja immer noch toll. Fast 10 Tage noch. ... ... ... … … ... ich glaube es sucht nach dir wo ist es möglich das kürz das heißt ein das ist ja das dieser dieser ich werde sagen die Welt die Blatt Leine das dabei auf 3D eigentlich mann nicht dieser Weihnachtsmann der Töte keine Menschen ist es der Auftragskiller Weihnachtsmann er hat der der bringt die heftig um Weihnachtsmann tötet böse Kinder ja das ist der allererste auch moderne Technik damals ach ich mach mal der Film wurde gerimakt, das ist ja schon klar oder? ich finde ihn trotzdem kann er auch so wie der jetzt ist ach Maurice komm in die moderne Zeit das gleiche geht auch für dich ich bin modern mhm ich nehme dieses Mal eine rote Jacke du spielst mit mir 7 days da und sagst du bist Mutti du Mutti stehst du wieder drogen nö und Stiefel dann vergrößert man sein Leben siehst du doch ach nein und wer da draußen rumschreit der kann man kurz sein Maul halten das ist kein Schrein, das ist irgendeine Terena ja Bundeswehr ist in unserer Nähe hallo ich hab gesehen wenn diese Schreie kommen dann sind wir in der Nähe einer Bundeswehr soll man mal suchen? hallo? kannst du ja machen, ich mach nichts was man nicht ist finde immer heiß ist wenn ich mit der Suche hast du mich umbringst weil immer wenn ich alleine suche dann finde ich irgendwie alles hat sie ja gerne machen, ich bleibe hier und was wenn ich die Bundeswehr finde? dann komm ich nach das ist nicht dein Ernst na klar ist das mein Ernst dann bin ich ja wieder der Held der Geschichte von Held du bin ich wieso bin ich wieso schon der Held Held du du ha 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 wer hat in den Arsch gerettet das Setzimmer da ich was du immer gemacht hast, du hast mich umgebracht ja wer macht denn sein Schlafsack weg? mein Schlafsack liegt hier oben ja und du brauchst, und du sagst du kannst in einer Aufhellung den Schlafsack nicht mehr kriegen? so war's auch ja 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 das sagt der Richtige ich hab immer noch kein Wasser genommen, ey dann müssen wir aber Biontus so zweit offen im Notfall ich muss noch einmal machen ich muss duschen und noch einmal rauchen ja 20 Uhr hast du gesagt sie kann sie schneiden, smoken und dann können wir losgehen ja, ist ne Notlüge ich hab gar Lust zu stinken du bist, ey, auch wenn du nachher duschst und aufhörst und du Sport oder sowas, dann schieß es wie so nachher nee, ich will dann stinkt wegen dir nein, du stinkst wegen dir du schon stinkst stinkst wegen Sport mach nicht mal Sport mach nicht mal Sport das heißt rauchen jetzt hab ich euch gesagt, wo Tyler so lange nicht wisst, wie er aussieht, ist alles gut ich kann nicht sonst ich 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 er kommt er kommt er kommt er kommt der zentse man kommt dieses nicht auf einmal zu warm dann war es hier bitte zu heiß doch an der jacke weg damit und wie läuft es draußen ich höre rohner und ich höre einen käfer teiler dann kommen wir mal an wie sich mein haus meister macht hör auf die menschen zu erschießen teiler hör auf wir sind ganz normale menschen hörst du auf sie anzuschießen teiler tritt normale menschen kommen so schlimm ist das nicht die menschen hör auf weil da schießt normale menschen lassen serienmörder die ist nicht aufgefallen dass der krattenkirche bei der entlang gekrochen ist ich habe 155 liegt das kann sein dass ich ein bisschen kraft bin und ich habe man ist nicht Corona hast du nicht oh mein gott ich habe Corona ich habe Spaß wo ist eine stinkende Ball der Erkältung die Vögel kommen auch noch angeflogen und teiler liebt es und teiler freut ich habe mal eine Frage ich habe mal eine Frage ich habe mal eine Frage einer geh mal raus nein ich habe uns dieses Unterschrift geholt ich bin ich bin ich bin ich bin Ah, los, das ist ein Tag. Geh über die Zimmerkaft. Geh über die Zimmerkaft. Geh über die Zimmerkaft. um wenn man weiter spazieren geht und warum will nicht immer noch nicht oben genau hier und hier ist Richtung um bei der Tankstelle Scheiß auf die, komm jetzt her! Komm her, komm her! Nein, Tankstelle! Da geht er, brett man da! Ja, geh da hin! Nimm dich draus! Komm jetzt! Ich kann immer noch nicht gut drehen. Lengenwo hier ist ne Rund. Wo bist du denn? Geradeaus, komm mit! Komm mit! Okay, lass! Lass aber gehen! Ich sag doch, wir sind alle in der Bank! Ich geh mal kurz rein! Bring Dennis gleich da! Komm gleich zu dir! Hm! 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 Ja, wir sehen uns, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin! Mit da drüben! Ja! Warst du hier schon? Waren wir doch ja schon! Immer nicht in die Garage! Da! Und auch nicht hier drin! Du hast ne Schrot! Komm mal her! Hier! Die Tür auf! Da ist die Mücke! Bring die oben! Bring die Mücke oben! Welche Mücke? Fies bei meinem Fernseher! Ach, das ist noch ne Mücke! Das Weitersche ist nun! Ich kann nicht rennen mit dem gebrochenen Bein! Ich kann nicht rennen mit dem gebrochenen Bein! Ich kann nicht rennen mit dem gebrochen! Ich krieg das schon! Geh! Schöhe! Ich Надеюсь! Ne? Anni, mein Name! Das ist ja! Ich bin doch nicht hier! Nein! anhand er hat wie der Neue dann die Dähte steigte die es gibt es zu sein wenn doch kann ich dir ein doch Trosten in Bonn und bei mir kann er nicht werden weil du nicht los die ich glaube ich habe meine Geschwindigkeit der Stelle auch schon dafür hat er liebe Gott Pena schaffen ich sollte man wohl Antibiotika nennen wo willst du ihn? tschiessen lass rein, lass rein, lass einfach rein Aua hier ist Bier hier ist Bier hier ist ein bisschen nicht normal. Hier ist ne Flasche. Ach guck mal hier ist die Tüte. Na gut. Warte komm ich mal barrikadier. Warte da hinten oder? Ja. Die Vorderung. Wir kommen jetzt. Bewegt mir. Nimm mal deine Beine hier und. Das heißt looten oder sterben. Oh ein Hamburg-Teiler. Ja. Wieso muss ich die eigentlich immer alle lesen? Hier ist ne Cappy wenn du haben willst. Du darf nicht nach draußen draußen sehen wir ne Vespa. Ist das ein Zombie? Verbannt. Hier gibt's ne Treppe nach oben. Hä? Leiter nach oben. Leiter nach oben ist ein Leiter. Keine Leiter. Alter ich leuchte da rein. ich habe ein bisschen aufpassen das hause sehen stabil du weißt aber wo es morgen weiter geht hier noch weißt wo es nächste woche nächstes mal weitergeht wir sind schon 19 minuten wir können auch zwei minuten bleiben jetzt auf das dach und warten bis es morgens ist gut ich schlafe hier ist so ein kleines sprung ist das geht drauf gehen wir weiter oder müssen wir noch warten ok leute das was mir der folge ist haben das mit teiler ich hoffe es hat euch gefallen wahrscheinlich nicht wegen teiler ist nur alle hinter der tür ok bis zum nächsten mal rein und